Ich finde das schon auch fatal. Aber ich glaube, wir sind nicht so wirklich dazu erzogen worden. Zumindest beobachte ich das bei mir oder bei dem Kontext, den ich so kenne, um die eigenen Bedürfnisse zu kennen und dafür anzustehen und zu sagen, hey, so sieht das bei mir aus. Das fände ich eigentlich eine wichtige Grundvoraussetzung, um nämlich auch die Bedürfnisse der anderen wahrnehmen und auch wahren. Und das ist auch gerade in Bezug auf Mutterschaft oft ein Problem, finde ich. Von der Tendenz her gehört auch immer noch oft, nein, eigentlich ist die Mutter die wichtigste Person für das Kind usw. Aber wo bleibt denn die Person dahinter selber? Weil ich meine, die ist ja nicht nur Mutter, sondern die ist noch Schwester, Arbeitnehmerin vielleicht, Freundin, Frau, Mensch. Vater Graz, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Heute sind drei Freundinnen um die 30 Jahre alt, verbringen ein verlängertes Wochenende gemeinsam. Romy und Sibylla könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie werden nur durch die dritte Nora zusammengehalten. Doch die hat sich in ihr Kinderzimmer im Sreintal zurückgezogen, liegt und schweigt. Das ist die Ausgangssituation des Buches Die liegende Frau der Ostschweizer Autorin Laura Vogt. Es ist ein mutiges Buch über Familie, Frauenfreundschaften, Freiheit und Verantwortung. Mein Name ist Ines Schaberger und ich freue mich riesig, heute mit Laura Vogt über diese Themen und über ihr Leben sprechen zu können. Herzlich willkommen, Laura. Danke vielmals und danke für die Ilai. Eigentlich bin ja ich bei dir zu Gast. Wir sind in deiner Wohnung im wunderschönen Flaville und schauen da auf Hügel und blühende Bäume. Ja, eigentlich müssen da noch die Kriesi zu sehen sein und die sind vor ein paar Wochen entfernt worden. Jetzt sind wir dafür noch ein bisschen mehr Weitsicht. Oh nein! Das ist da, wo so ein Acker ist, direkt vorm Fenster. Da waren die Kriesi Bäume. Da waren noch ganz viele Kriesi Bäume. Schade. Aber auch so schön. Total. Auch hier drinnen ist es mega schön. Man merkt ein Haus, in dem geliebt wird. Absolut, ja. Wie lebt da alle? Also wir sind eben eine Genossenschaft mit zwei Häusern. Und alles in allem sind wir neun Erwachsene und neun Kinder. Also es ist immer etwas los. Sehr cool. Ich glaube, so wäre ich auch gerne aufgewachsen mit so vielen Kindern rundherum. Hey, da denke ich im Fall auch immer wieder. Also wir sind so ein bisschen versorgt gewesen, so ein bisschen an einem Bach unten. Und ich hatte meinen Bruder, das war wunderbar, und auch eine Schwester. Aber so einfach niederschwellig gerade bei den Freunden oben rufen und raus und wirklich so einen Umschwung haben wie da, wo man sich so verstecken kann. Und irgendwelche lustige Sachen einfach nur unter Kindern machen. Ich glaube, das ist wirklich sehr wertvoll. Wie viele Kinder hast du? Ja, zwei. Zwei. Auf die kommen wir noch zu sprechen oder eigentlich mehr auf dein Mutter sein auch. Das ist nämlich auch ein großes Thema in deinem Buch, Die liegende Frau. Du bist 1989 in Täufen im Appenzellerland geboren. Du hast Kulturwissenschaften in Luzern und literarisches Schreiben in Biel studiert. Und du bist eben Autorin. Wir reden heute über dein drittes Buch. Habe ich was vergessen? Nein. Schon gut. Meine erste Frage an dich habe ich mir nicht selber überlegt, sondern deinem Buch entlehnt. Die Romy, eine der drei Protagonistinnen, die so liebend gern ihr Leben mittels Notizen und Listen sortiert und ordnet, hat er einen Fragebogen für ihre beiden Freundinnen erstellt. Und die erste Frage in diesem Fragebogen ist, Kannst du dich erinnern an die Zeit, als du vier oder fünf Jahre alt warst? Ich kann mich auf jeden Fall an den Tag von meinem fünften Geburtstag erinnern, weil ich bin so am Klavier gehockt und dachte mir, wow, wie cool. Wenn mich jetzt jemand fragt, wie alt ich bin, kann ich einfach so eine Hand aufheben. Und die Erinnerung ist auch ganz klar als Alter gebunden. Aber auch sonst gehen meine Erinnerungen recht weit zurück. Also ich habe schon auch noch so Erinnerungen an Ferien, zum Beispiel, wo ich wahrscheinlich auch um die Vierer gewesen bin. Ja, aber halt so Schnipsel, wie sie ist. Und nicht so viel zusammenhängend. Noch keine rote Linie, kein roter Faden durch. Ja, genau. Was wolltest du werden damals? Mit fünf wüsste ich jetzt noch nicht, aber ich habe auch angefangen zu schreiben. Ich habe so ein, wie sagt man, also Buchstaben, Buchstaben, einfach ohne Punkt und Komma. Das habe ich nachher auch lange beibehalten, einfach los zu schreiben. Und Rechtschreibung ist mir eigentlich auch egal. Und war, bis ich irgendwann gemerkt habe, das spricht schon noch wichtig und gut. Und dann mache ich es halt anders. Und ich wollte dann aber sehr, sehr früh eigentlich Schriftstellerin werden. Und ich bin aus einer Lehrerfamilie. Ich weiss nicht, wer mir das gesagt hat, aber irgendwie habe ich dann auch schon sehr früh gedacht, ja nein, da kann man ja kein Geld verdienen. Und dann werde ich halt Journalistin. Habe ich doch auch noch nicht gewusst, dass da ein Buchstaben ist, der es auch nicht so einfach hat. Auf jeden Fall, dann habe ich ja einfach hauptsächlich etwas mit Schreiben. Auch die Archäologin wäre dann auch mal noch ein Wunsch gewesen. Und irgendwie bin ich dann über Umweg mit einer Kulturwissenschaft in Luzern wieder zum Schreiben gekommen. Beziehungsweise Schreiben hat mich nie verlassen. Also Schreiben war eigentlich immer mein Zugriff auf die Welt gewesen. Oder die Möglichkeit, wie ich kann und auch will über die Welt nachdenken. Insofern habe ich eigentlich jetzt etwas verwirklicht, was ich glaube ich schon immer wollte. Eine Archäologin will den Dingen ja auch auf den Grund gehen und Sachen freilegen. Und das machst du ja jetzt auch in gewisser Weise als Autorin. Ja, also das war genau der Grund für die Archäologie. Und auch so die Faszination, also auch ganz Fremden oder vielleicht Sachen, die mir persönlich auch noch sehr fremd sind. Also ich weiss, ich war in der ersten Klasse ein bisschen langweiliger in der Bibliothek und habe ein Buch rausgezogen und dann war es über Pharaonen im alten Ägypten. Als alte Ägypten allgemein. Und dann habe ich total fasziniert in der Hälfte von dem Buch abgeschrieben. Und so bin ich dann auf die Archäologie gekommen. Ja, der Fremde oder der Grabe oder da so an Grenzen gehen vielleicht auch. Das kennzeichnet mich, glaube ich, schon. Würde ich auch sagen, wenn man das Buch liest, merkt man das so. Also, dein Buch liefert ja keine fertigen Antworten. Ganz viele große Fragen, wovon wir auch ein paar noch besprechen werden. Sondern es liefert ganz viele verschiedene Perspektiven drauf, was ich sehr spannend finde. Also, du grabst wie von verschiedenen Stellen beginnst du da, das freizulegen, ein bestimmtes Thema. Beim Lesen des Buches bin ich ganz tief in die Gefühlswelt der drei Protagonistinnen eingetaucht. Alles Frauen um die 30, sehr ambivalente Frauen mit Ecken und Kanten, mit ihren Stärken und Schwächen. Zwischendurch hat mir das wahnsinnig genervt, wenn die einfach nicht gescheit kommunizieren miteinander. Wenn sie sich gegenseitig ärgern. Und wie so viele Missverständnisse auftauchen. Oder auch die Schmerzen, die sie mittragen. Also, die Sibylla, die hat ja wahnsinnige Periodenschmerzen. Und der Romy, die gerade schwanger ist, der ist die ganze Zeit schlecht und so. Ich habe wie gemerkt, das macht was mit mir. Ich beginne auch, mich zu nerven daran. Ging es dir auch so? Oder gibt es wie eine der Frauen, mit der du dich besonders identifizierst? Und mit der du dich besonders nahe fühlst? Ja, also in meinem Arbeiten sind eigentlich immer zuerst Figuren. Also, die melden sich dann irgendwann mal an, klöpfeln so. Und dann gehe ich denen mal nach und finde immer mehr raus, wer ist der, was interessiert die Figur. Wo kommt sie her? Wo wird sie her? Und so weiter. Und von dem her, also ich muss die Figuren natürlich extrem gerne haben. Sonst könnt ihr nicht so lange Zeit an denen arbeiten. Weil so einen Roman schreibt man ja auch nicht, dass man so in drei Monaten mal runter. Normalfall. Also, die allererste Notizen habe ich, glaube ich, im Frühjahr 2019 gemacht. Und dann ist ja dann der zweite Roman rausgekommen. Und dann habe ich, glaube ich, so eine intensive Phase gehabt, vom Herbst 2020 bis Frühjahr 2022. Ja, also so eineinhalb Jahre sind sie sehr intensiv gewesen. Aber auch vorher die ganze Vorarbeit ist auch wichtig. Und nachher auch das Lektorat und so. So lange geht man mit diesen Figuren dann auf die Reise irgendwie so, in den Prozessen auch. Das ist für mich auch sehr wichtig, also mich auf den Prozess der Figuren auch einzulassen. Also ich weiss auch nie, am Anfang, was passiert am Schluss. Und ich verstehe absolut, also mit der Ambivalenz, die du gesagt hast, ja, die sind total ambivalent. Und auf jeden Fall, die treffen zum Teil Entscheidungen, wo ich auch so denke, wie bitte so. Aber ich finde das persönlich einfach auch extrem spannend, also so ein Spannungsverhältnis auch aufzumachen. Und Ambivalenz ist etwas, was so dermassen zum Mensch gehört, dass ich es einerseits ein bisschen langweilig fände als Autorin. Nicht so ambivalente Figuren zu erschaffen und auch gar nicht so recht wüsste, was ich dann mit diesen Figuren anstelle würde. Sehr spannend. Du hast das Buch geschrieben, als du selbst um die 30 warst und dann auch selber zum zweiten Mal schwanger warst. Hast du da Inspirationen auch aus deinem eigenen Leben genommen? Oder wie viel von deinem Umfeld steckt da auch drinnen in dem Buch? Ja, es ist immer so ein Konglomerat von ganz verschiedenen. Also einerseits, ja, ist das Gespeissen auch aus meinem eigenen Leben, aus eigenen Erfahrungen, aus eigenen Fragen. Dann Sachen, die mir zu Ohren gekommen sind von Freundinnen, von Bekannten, aus der Zeitung, die mich inspiriert haben und die dann vielleicht auch Teil werden von einer Figur oder Teil von einer Fragestellung. Und dann natürlich eben auch eine Recherche zu all diesen Themen, wie eben Polyamorie oder Antinatalismus. Polyamorie ist, wenn man mehr als eine Person gleichzeitig liebt und auch mit der in einer Beziehung ist. Und das testet eben die Romy gerade aus. Genau, ja. Die sich verliebt hat in einen zweiten Mann, sozusagen. Im Buch thematisierst du eben eine Frau, die sich dazu entschieden hat, kein Kind zu bekommen, eine Frau, die sich auf das zweite Kind freut und eine Frau, die es eigentlich bereut, Mutter geworden zu sein. Du hast dich für Kinder entschieden. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Weil eigentlich finde ich, es gibt mehr rationale Argumente gegen Kind als für Kind, aber es gibt ja nicht nur rationale Argumente. Weil ich schon ganz früh denke, doch, ich würde Kinder haben. Ich finde da etwas, wie stelle mir das bereichernd vor? Ich stelle mir da, ja, irgendwie so als etwas Wichtiges vor. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo dann neben meinem Partner und ich gefunden haben, doch, wieso nicht? Also es war eigentlich recht früh, also ich war noch Ende Studium gewesen und hatte dann aber auch so Vorbilder gehabt. Also zum Beispiel Ruth Schweiger, das war meine Dozentin, die hat ja fünf Söhne gehabt. Sie ist ja gestorben letztes Jahr. Und dann habe ich gesehen, doch, es kann funktionieren, Schriftstellerin sie und Mutter. Es ist nicht so einfach, um unter einen Hut zu bringen, weil Künstlerin sie ist eh schon so ein auserfordernder Job. Genau, und so sind dann die beiden Kinder auf die Welt gekommen. Also eine sehr intuitive Entscheidung. Ja, schon. Aber ich bin grundsätzlich auch ein sehr intuitiver Mensch. Also ich fälle im ersten Moment oft Entscheidungen intuitiv. Und dann tue ich es aber nochmal abklopfen und überlege, hey, ja. Und ich bin aber auch wirklich sehr froh, dass ich diese Entscheidung so intuitiv gefällt. Weil ich jetzt natürlich, jetzt bin ich 35 Jahre alt, habe Freundinnen, die noch keine Kinder haben und die sich jetzt schon seit mehreren Jahren auch Gedanken machen, hey, will die Kinder, wenn will die Kinder, wenn ist es vielleicht auch zu spät. Und ich verstehe beides. Also ich verstehe es wahnsinnig gut, auch zu sagen, nein, ich lebe mein Leben anders und ich würde es absolut nicht missen wollen. Und darum bin ich froh, dass ich diese Entscheidung schon gefällt. Es gibt halt in diesem Punkt eigentlich nicht wirklich etwas dazwischen, oder? Ein bisschen, ein Kind. Ein bisschen, genau. Also vielleicht Gotte oder so. Aber das ist ja dann auch nochmal etwas anderes. Die kann man dann wieder abgeben, während die eigenen Kinder hat man. Ja, genau. Aber da finde ich einfach auch etwas so bereichernd, dass die eigenen Kinder so, also das sagen ja viele, die sind einfach so ein Spiegel. Also ich habe so unglaublich vieles gelernt durch meine Kinder und durch die Verantwortung und durch die Beziehung, die einfach nicht abbricht und wo immer weiterläuft. Einerseits da und andererseits, ich meine, Kinder sind einfach so genial. Ich meine, die Fragen, die sie stellen und die Kunden und die Welt auch nochmal neu gesehen, nochmal anders gesehen und die Kinder in dem unterstützen, so den eigenen Weg zu finden und möglichst kreativ auch in dem Sinne zu bleiben, das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Aufgabe als Mutter. Wofür werden deine Kinder mal dankbar sein, dir? Und was werden sie dir vorwerfen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich auch schon mit einer Therapeutin mal darüber gesprochen und gesagt, ich will ja gar nicht wissen, was denn die später mal in die Therapie geht. Und dann hat sie gelächter und hat gesagt, ja, sie sind ja selber Therapeutin, aber sie haben gerne gesagt, wenn ihr dann mal eine Therapie machen möchtet, dann zahle ich auch die fünf Erststunden. Ich hoffe, dass sie dankbar dafür sind oder dass sie es schätzen können können, eben so das Umfeld, in dem sie aufwachsen konnten in dieser Genossenschaft. Und ich hoffe ganz fest, dass sie auch davon profitieren können, dass sie Eltern haben, die auch noch ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen. Also jetzt, oder vielleicht sagen wir, ich rede jetzt vielleicht eher noch gerade von Mutter, weil bei der Mutter ist es eher noch weniger der Fall, dass das so ist, dass sie mir ja immer halt meine Zeit für Schreiben genommen haben und auch für meine Freundschaften und für, also jetzt vielleicht nicht so konventionell, dass die Mutter hier lebt, wo sie vielleicht manchmal auch ein bisschen darunter leidet. Aber ich hoffe, dass sie auch später dann sehen können, dass sie dort vielleicht auch nochmal ein neues Verständnis oder ein anderes Verständnis oder für sie ein Befreiungsverständnis davon haben können, wie auch sie ihre möglichen Partnerschaften oder Elternschaften usw. leben ausserhalb von Konventionen. Das wäre ganz schön. Wir werden sie dann mal fragen in vielen Jahren. Die Eltern-Kind-Beziehung wird stark reflektiert im Buch und es gibt auch so einen kleinen Generationen-Konflikt, wenn dann der Vater seiner Tochter, der Romy, vorwirft, das Problem sei, ihre Generation würde sich zu viel Zeit zum Nachdenken zu nehmen, anstatt das eigene Leben anzupacken. Ist das ein Vorwurf, den du auch gehört hast von deinen Eltern? Nein, so nicht. Meine Mutter ist wirklich ein sehr offener Mensch, der sehr wenig bewertet. Und mein Vater hat sich vor langen Jahren schon aus dem Staub gemacht. Also ich weiss gar nicht, ob ich das so gehört habe. Ich glaube irgendwie schon, dass wir unserer Generation schon oft vorwirft. Wir denken viel zu viel über die Sachen, reflektieren viel zu viel. Zeichnet unsere Generation vielleicht auch ein bisschen aus? Ich glaube schon, ja. Oder zumindest ein Teil davon. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Mein Name ist Ines Schaberger und ich bin heute in Flawil, wo ich mit der Ostschweizer Autorin Laura Vogt über ihr Buch »Die liegende Frau« spreche. Zwei der Frauen, die nicht liegen und sich Sorgen machen über die Frau, die liegt und keinen Ton mehr von sich gibt, die Romy und die Sibylla, die diskutieren, was Freiheit eigentlich ist. Ist das eine Konstante? Ist das ein Prozess? Ist das eine Entscheidung? Was ist Freiheit für dich, Laura? Du hast ja schon gesagt, das Buch werfen mir Fragen auf, als dass es beantwortet. Ich glaube, es beantwortet ein bisschen und macht es dann aber auch wieder auf. Und was Freiheit für mich bedeutet, ich glaube, ich bin da schon eher auf der Seite von Romy, wo er sagt, Freiheit ist ein Prozess. Freiheit entsteht auch durch Beziehung, durcheinander spiegeln und aushandeln. Aber natürlich ist der Freiheitsbegriff unglaublich komplex und kompliziert und es ist auch eine grosse Frage, geht es jetzt um individuelle Freiheit, geht es um Freiheit irgendwo in einem Konflikt, in einem Krieg, um eine gesellschaftliche Freiheit. Wo endet deine Freiheit und wo beginnt die Verantwortung? Boah, das sind komplizierte Fragen für den Dienstagmorgen. Fragen, die du aufwirfst in deinem Buch? Ja, ja, aber da habe ich gehofft, ich meine, da können ja die Leserinnen für sich beantworten. Ich bin irgendwie, ich fühle mich doch schon wieder ein bisschen weg auch vom Buch natürlich. Es ist immer ein Aushandeln. Also jetzt zum Beispiel, sagen wir, in diesem Konstrukt von Familie, an welchem Punkt übernimmt wer, welche Verantwortung, wo nimmt man sich eine Freiheit im Sinne von, man lässt die Care-Arbeit zum Beispiel mal hinter sich und macht ein freies Wochenende mit Freundinnen, zum Beispiel im Rindle. Was meint das für die anderen Betroffenen? Wieso muss man persönlich dem Bedürfnis nachgehen? Und so, und dann, genau, kommen wir mal wieder zu der Kommunikation, die du ja auch schon angesprochen hast und was mir im Buch auch ein grosses Anliegen ist. Also eigentlich ein Plädoyer für kommunizieren, also, und auch die Verantwortung eben selber übernehmen dafür, was man braucht, was man sich wünscht, was man will, wie man Sachen leben will. Das ist etwas, was ich ganz oft beobachte, dass Menschen irgendwie beleidigt sind oder enttäuscht, weil jemand anders vielleicht die eigenen Bedürfnisse nicht hätte abdecken können. Und ich finde halt, redet darüber, sag, oder finde zuerst mal für dich selber raus, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und dann kann man schauen, wie kann das Bedürfnis abdeckt werden? Und manche Sachen kann man sicher zum Beispiel auch selber geben. Und andere Sachen kann man mit Menschen, die am Nachhinein kommunizieren und so wird das Bedürfnis nicht deckt, wie sagt man? Gestillt. Ja, genau. Aber man kann nicht erwarten, dass die anderen das riechen. Genau. Und was für ein Bedürfnis man hat. Genau. Das ist vielleicht die eigene Verantwortung, die man hat. Ja, ganz genau. Und wirklich, das ist etwas, was ich wirklich so oft beobachte. Und ich finde das schon auch fatal. Aber ich glaube, wir werden, oder wir sind nicht so wirklich dazu erzogen worden, zumindest beobachte ich da bei mir, oder so bei dem Kontext, wo ich so kenne, um die eigenen Bedürfnisse zu kennen und um auch dafür anzustehen und zu sagen, hey, so sieht das bei mir aus. Da fände ich eigentlich eine wichtige Grundvoraussetzung, um nämlich auch die Bedürfnisse von den anderen wahrnehmen und auch wahren. Es gibt das christliche Gebot von der Liebe quasi, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst und wie Gott. Und da ist eben das ganz Wichtige, dass man sie zuerst selber liebt, damit man andere lieben kann. Das hat mit diesen Bedürfnissen auch zu tun. Wenn deine eigenen Bedürfnisse nicht gestillt sind, kannst du nicht für die anderen sorgen. Das geht einfach nicht auf. Ja, genau. Und das ist auch gerade in Bezug auf Mutterschaft ja auch einfach oft ein Problem, finde ich. Das ist natürlich nicht mehr wie früher noch, dass man so fest in diese Rolle gedrängt wurde. Es ist auch etwas aufgegangen so in Bezug auf Mutterschaft. Aber von der Tendenz her ist ja schon immer noch, ich höre auch immer noch oft, ja nein, eigentlich ist die Mutter die wichtigste Person für das Kind und so weiter. Aber wo bleibt denn die Person dahinter selber? Weil ich meine, die ist ja nicht nur Mutter, sondern die ist noch Schwester, Arbeitnehmerin vielleicht, Freundin, was auch immer. Frau, Mensch. Ganz genau. Die Romy sagt mal im Buch, wir wurden geboren in einer Zeit, ein Land ohne Wahl. Wir sogen die Bräuche, die Blicke ein, haben so vieles davon verinnerlicht. Mich davon zu befreien, kommt mir manchmal fast unmöglich vor. Also für sie ist Freiheit auch etwas Schwieriges, sich zu befreien von Konventionen. Wovon musstest du dich befreien? Oder bist du noch dran, dich zu befreien, weil Freiheit ja ein Prozess ist, wie du sagst? Ja, ich glaube genau, das sagst du genau richtig. Das ist so fortlaufend. Und da sind meine Bücher eigentlich auch ein grosser Teil davon, für mich, um mich von Sachen zu befreien, auch von alten, ja, wie soll ich sagen? Ich habe schon in meiner Kindheit so ein Rucksäckchen mitbekommen und da bin ich immer noch am Ausmisten und auch Sachen noch besser verstehen. Und das ist aber etwas anderes, als das, was Romy vielleicht meint. Und das ist etwas, was ich auch sehr gut verstehe und was ich auch ein ganz schwieriges Thema finde, weil mir, es gibt so Studien, dass nur schon, wenn ein kleines Baby auf die Welt kommt, ist die Kommunikation von Erwachsenen gegenüber dem Kind anders, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Und das ist sehr subtil und viele merken das gar nicht, aber es prägt halt das Kind in seinem Aufwachsen. Da gibt es ja auch Studien, dass zum Beispiel Mädchen weniger hoch in die Luft geschupft werden als Buben, die man irgendwie, ja, sagt Juhu und also das ist das klassische Spiel, dass man das Kind so ein bisschen in die Höhe schupft. Mädels werden da um einige Zentimeter weniger hoch geschupft. Ja, und da ist halt, also, es sind ein paar Zentimeter, aber es ist ein verbanter Unterschied und es, genau, es macht, es prägt anders, es macht einen anderen Menschen, blöd gesagt, daraus. Und, und da meint Romy, oder? Da irgendwie wie auch für sich selber zu fassen, wenn wir in einer Gesellschaft aufwachsen sind, wo gewisse Konventionen halt einfach da sind oder wo die Kommunikation gegenüber Frauen immer so und so ist, dort zu sehen, was da überhaupt passiert ist und dabei sich selber auch können zu ändern oder vielleicht auch in Bezug auf die eigenen Kinder, das ist gar nicht einfach und es bleiben unendlich viele blinde Flecken natürlich, weil ja auch, ist auch okay, da gehört zum Menschen ja irgendwie auch dazu. Aber da ist etwas, was Tobi beschäftigt und wo mich auch immer noch und immer wieder beschäftigt, sich immer mehr zu befreien. Die Sibylla im Gegensatz sagt mit ihrem schwarzen Humor, das Leben hat eigentlich keinen Sinn. Sie hat es schon als Kind gespürt, die fehlende Notwendigkeit ihrer Existenz. Der Satz ist mir eingefahren. Und auch dann die Existenz aller Menschen. Ist deine Existenz notwendig? Wie würdest du persönlich diese Frage beantworten? Nein, also da bin ich schon sehr bei der Sibylla. Unsere Existenz ist nicht notwendig. Also und ich denke auch immer, wenn man so über Klimaerwärmung und so redet, ich meine, wir haben ja einfach Angst, dass wir Menschen nicht mehr mithalten können. Ich glaube, der Erde ist da relativ egal, vieles regeneriert sich, es geht, oder? Es ist eigentlich permanent kommt und geht. Und ich finde, in diesem Gedanken liegt ja eigentlich auch etwas Beruhigendes, sofern man nicht in so einer Liturgie verfallt. Also weil da finde ich falsch, zu sagen, ja, pff, mir braucht es ja eh nicht, also egal. Also ich finde, man kann sich der Satz sagen, hey, eigentlich grundsätzlich ist meine Existenz nicht wirklich notwendig. Aber ich bin da, ich lebe Leben, ich lebe in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft und da ist auch wichtig, dass ich überlege, wie gebe ich mich da Preise und wie werde ich da innen aktiv. Das finde ich ganz wichtig. Also die führt dieser Satz in die Freiheit eigentlich? Ja, genau, weil es macht alles ganz gross, aber irgendwie auch ganz klein. Also es nimmt ja dann auch so eine, es kann eben genau auch eine Schwere rausnehmen, um irgendwie zu denken, es ist jetzt so wichtig, so, keine Ahnung, tausende von meinen Büchern zu verkaufen und dann so zu sagen, hey, aber schau, hat irgendjemand auf dieses Buch gewartet? Nein, ist es für mich wichtig zu beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also hat es einen Wert und auch einen Sinn für mich und dann aber wie die Freiheit haben sie gesagt, okay, gut, aber jetzt, weißt du, sie ist noch so da im Leben. Es macht einen entspannter, zu sagen, die eigene Existenz war gar nicht noch unbedingt notwendig, aber es ist schon schön, dass ich da bin. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich möchte aber überhaupt nicht sagen, dass mir da immer leicht fällt, aber überhaupt, ich muss mich immer wieder auf den Satz runterbringen und sagen, hey, was ist wirklich wichtig so? Und für was lohnt es sich zu kämpfen oder aufzustehen und so? Ja. Ja. Ich bin sehr geprägt vom christlich oder biblischen Menschenbild, wo es so die erste große Erzählung, der erste Mythos in der Bibel geht es um die Erschaffung der Welt und dann sagt Gott jedes Mal, wenn er was neu gemacht hat, ach, sehr gut. Also so ein Lob auf alles und am Schluss auch beim Menschen sehr gut. Und das will ja nicht erzählen, wie die Welt entstanden ist, sondern warum. Und so dieses Warum ist es da? Es gibt schon einen Sinn. Es ist gut so, dass du da bist. Das hat mich sehr geprägt beim Aufwachsen. Darum war es für mich dann wahnsinnig überraschend zu lesen, okay, da gibt es Menschen oder mir war das natürlich schon bewusst, aber in der Sibylla kommt es einem so nahe, dass sie sagt, nein, das hat eigentlich keinen Sinn. Wenn du es jetzt so erklärst, ist es, finde ich, sehr logisch und hat auch was Schönes. Ich finde es hat aber auch was Schönes zu sagen und es ist gut, dass ich bin, so mal ganz grundsätzlich, unabhängig von jeglicher Leistung. Ja, ich glaube aber auch gar nicht, dass sich da widerspricht. Also zum sagen, meine Existenz ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist gut, dass ich bin, ja. Also ich würde auch mein Leben ja nicht nicht haben wollen und ja auch Sibylla, also sie lebt ja noch. Ja. Und dann eigentlich doch auch gerne. Ich glaube schon. Sie ist da einfach so in einer kleinen Krisensituation und ich glaube, also ich freue mich, dass du den schwarzen Humor von ihr entdeckt hast, wir machen nicht alle. Sie ist für mich schon ein lustiger Mensch und ich glaube, sie ist aber ein provokanter Mensch, also sie will gerne so ein bisschen sticheln und schauen, was passiert. Und sie hat halt wahnsinnige Periodenschmerzen. Also, und das kenne ich auch, dass man dann ein veränderter Mensch ist, auch wenn einen die Schmerzen überwältigen. Genau. Also auch ganz viele Frauenthemen, die da eine Rolle spielen. So unterschiedlich die drei Frauen auch sein mögen, am Schluss, da halten sie doch zusammen und sie trotzen jeden Wind und Wetter, auch dem stärksten Sturm. Hast du auch so Freundinnen, auf die du zählen kannst? Wie wichtig sind die Freundschaften? Ja, mit Schuttern jetzt gerade. Weil ja, also ich finde, ich habe Freundinnen, ich habe viele sehr, sehr wichtige Freundinnen. Die eine wirklich auch schon seit über 20 Jahren. Ich finde Freundschaften etwas Existenzielles. Wie Freundschaften im Gegensatz eben zu diesen Liebesbeziehungen, wobei eben, ich finde, da müssen wir irgendwie auch öffnen und sagen, hey, auch Freundschaften sind doch Liebesbeziehungen. Ich meine, ich liebe meine Freundinnen ja auch. Liebesbeziehungen brauchen auch starke Freundschaften als Grundlage. Ja, genau. Und im Gegensatz zu diesen klassischen Liebesbeziehungen oder wie immer ein paar Liebesbeziehungen, haben Freundschaften halt auch viel mehr Spielraum. Also man kann sich auch mal länger nicht sehen. Man kann wie so vielleicht noch mal weniger vorgeprägte Regeln, vielleicht unausgesprochen oder unausgesprochen, sich ausdenken und einfach vieles miteinander tragen. Und man kann sich also so erlebe ich Freundschaft. Ich kann mich verletzlich machen. Ich kann alles teilen. Ich kann in einer richtig guten Freundschaft bin ich verabredet und es ist egal, wie ich mich fühle. Es ist, ich gehe nicht einfach so sein, wie ich in dem Moment gerade bin. Und das finde ich extrem wertvoll. Megaschön. Hast du einen Tipp, wie man eine gute Freundin findet? Doch. Hm. Oh nein, das ist so schwer. Also wir leben meine zwei besten Freundinnen, das ist aus der Schulzeit noch. Und andere, die auch sehr gute Freundinnen wurden, habe ich einfach so kennengelernt, zum Teil. Also entweder überschreiben oder eine Freundin zum Beispiel, da sind wir an der Uni Luzern beide. Ich war im falschen, in einer Vorlesungssaal gewesen, niemand rum. Und da kommt eine rein, strahlend, hat neben mir mit angefangen zu reden und sind befreundet. Einfach so ein Zufallstreffer. Ein Geschenk. Ja. Eine Freundschaft. Aber man muss offen sein, man darf nicht auf dem Handy sitzen, vor dem Vorlesungssaal und sich nicht drauf einlassen, dass vielleicht da was entstehen könnte. Ja, voll. Also ich glaube, da ist eh gut, auch mit so offenen Augen durch die Welt zu gehen. Weil ich finde auch, wenn ich durch die Strassen laufe und ich merke, wow, jetzt filmen wir gut und es kommt vielleicht ein Lächeln mir entgegen oder so. Auch wenn es nicht eine Freundschaft draus gibt, aber auch da ist doch etwas so kostbares und eigentlich viel kostbarer als irgendwie zu schauen. Hat mir gerade noch jemand geschrieben, aber klar, die kleinen Smartphones, die machen halt etwas mit unserem Hirn nicht. Ja, genau. Als Theologin und Religionspädagogin habe ich im Buch ganz genau darauf geachtet, ob ich irgendwie auch religiöse Bezüge finde, weil ich das persönlich sehr spannend finde. Und der Vater von der Romy ist zum Beispiel ganz fasziniert vom keltischen Baumkalender und meditiert gerne. Die Sibylla erzählt von ihrem Ex-Freund Markus, dem Markus, dem ältesten Evangelisten, also so beschreibt sie seinen Namen. War Religion etwas, mit dem du aufgewachsen bist? Nein, eigentlich nicht. Also zwar, meine Eltern haben Sonntagsschule mal noch geleitet, wie so auch immer, weil ich sie nie als so religiös empfunden. In der reformierten Kirche? In der reformierten Kirche, ja genau, also ich bin reformiert aufgewachsen. Und ich war aber selber nie religiös. Aber klar, wir leben in einer vom Christentum geprägten Welt und so sind glaube ich auch die Bezüge in das Buch gekommen. Also so ein bisschen zufällig oder aufgegriffen mit dem, was halt alles da ist. Ja, ist das Pfingstwochenende. Zufall? Weil das ein Tag ist, weil man da einen Tag länger frei hat und du vier Tage gebracht hast? Es ist lustig, ich habe mich bevor du gekommen bist, angefangen, soll ich flunkern? Weil es ist Zufall. Ja, es ist genau das. Ich denke, okay, wenn haben alle drei Frauen frei und können zusammen verreisen? Okay, Pfingst, dann macht es Sinn. Ich wollte einen Monat, wo es schon heiss sein kann, weil die Hitze spielt ja auch im Buch Rolle und dass die am Schluss dann gebrochen wird. Und dann hat mich in einer Lesung letzten Herbst gefragt, ist das Zufall? Und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, aha, Pfingst gilt doch auch als Verständnis, also auch auf sprachlicher Ebene Kommunikation wieder finden miteinander. Also quasi alle sprechen in der gleichen Zunge. Und dann ich dachte, eigentlich passt das ja schon noch gut, weil die drei, Sibylla, Romy und Nora, ja schon auch sehr unterschiedliche Leben leben und vielleicht auch unterschiedliche Kommunikationsweisen haben und sich zum Teil auch ein bisschen aus den Augen verloren haben, vor dem Pfingstwochenende. Und es war für mich ganz wichtig, sie am Schluss wieder zusammenzuführen. Mit Nora ist sie ja einfacher, weil mit ihr sind ja eh alle befreundet, aber zwischen Romy und Sibylla habert sie ja ein bisschen im Buch, oder sehr sogar. Und sie wieder zusammenzubringen und so subtile Arten wie die Gemeinschaft herzustellen. Da habe ich gemerkt, dass Pfingsten eine gute intuitive Entscheidung war. Pfingsten steht auch für einen Aufbruch und für eine neue Kraft. Also so die Erzählungen sind, da kommt dann Gottes Geistkraft auf die Freundinnen und Freunde von Jesus, die irgendwie ein bisschen lost sind, so ohne Jesus. Und der Heilige Geist oder die Geistkraft Gottes ist so die weibliche Seite Gottes. Wo ich dann auch dachte, das passt ja eigentlich schon gut, dieser Aufbruch und die weibliche Intuition und die Kraft, die neue Kraft, die sie wieder bekommen und die sie zusammenführt. Ja, da hast mir nicht bewusst gesehen. Ja, voll, finde ich sehr passend. Du hast mal gesagt, dass nach der jahrelangen Arbeit an einem Roman du selber verändert hervorgehst. Was hat dich verändert oder inwiefern hat dich die liegende Frau verändert? Ja, ich bin in Bezug auf die Themen, die ich darüber geschrieben habe, ruhiger geworden. Ich habe nicht alle Fragen so beantwortet, aber der Prozess meint ja auch gar nicht diese Frage dann so abtökeln. Und das ist auch schön, die Literatur will ja eigentlich auch nicht. Das ist irgendwie, finde ich, auch nicht die Aufgabe der Literatur, wenn man von einer Aufgabe überhaupt reden will. Aber in mir passiert durchs Fragestellen und durchs drange geht ja trotzdem ganz vieles und ich glaube, es ist die Ruhe. Und da die Themen bis zu nicht gewisse gerade auf die Seite legen und mich dann auch neue oder neue alte Themen zuzuwenden. Welchen Themen wendest du dich gerade zu? Schreibst du an einem neuen Roman? Ja, genau. Es ist aber etwas anderes. Ich habe lange gedacht, das ist vielleicht gar nicht ein Roman. Mittlerweile kann man schon von einem Roman reden. Es geht um das Thema Tod, Abschied und Familien. Und davon webt sich mit so einem Strang über Kalzium und Kalkstein und Kalk. Also es ist eine Art von Recherche. Poetische und doch auch erzählende Verbindung von diesen beiden Themen. Wir dürfen gespannt sein. Von den 30ern direkt zum Tod. Ich hoffe, bei uns beiden dauert es noch lange, bis Verbindung kommt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch viel mal. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch etwas Interessantes von Frauenfreundschaften, von Freiheit, von Verantwortung zu hören. Wenn euch die Podcast Folge gefällt, dann teilt sie doch gerne mit einer Freundin, einem Freund, der ihr das auch wünscht und schenken möchtet, dieses Gespräch. Ein Buch, ein signiertes Exemplar von Die Liegende Frau könnt ihr übrigens gewinnen. Auf Instagram schaut da vorbei bei vadegrat unterstrich Podcast. Macht's gut, eure Ines. Vater Graz